Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie erst magen, Sie meinen Befehl zu widersetzen? Oh, meinst du, ich habe einfach genommen. Dann bin ich sehr hart mit Belogen! Jeder hat mich Belogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederbrechtiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nicht als Feindlinge! Verheilt ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Kemerale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie mein Messer Grabel hält! Jahrelang hat das Militärmalaraktion ihn nur behindert! Es hat mich jeden nur als wesentlichen Widerstand in den Welt gelegt! Ich hatte gut daran getan! Und jahrelang alle Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war hier von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Misch des Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gehübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das auf in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!